Motion Elements Hier spricht Sven vom Politik Stammtisch. Ich begrüße euch zu diesem neuen Beitrag. Leute, das letzte Video wurde von YouTube gesperrt wegen medizinischer Fehlinformationen. Wir haben auf diesem Kanal Politik Stammtisch einen Strike bekommen. Natürlich haben wir Beschwerde eingelegt. Und siehe da, YouTube sagte, wir haben recht. Es liegen keine medizinischen Fehlinformationen vor. Wir fragen uns sowieso, wie ausgerechnet YouTube entscheidet, was medizinische Fehlinformationen sind. Mit einem Programm oder irgendwelchen vorgespeicherten Schlagwörtern. Lieber Heiko Maas, wir sagten ja schon oft, dein Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist unserer Meinung nach Hafengäse. Doch kommen wir jetzt zu dieser Eilmeldung. Explosion bei Bayer Am Dienstagmorgen ist es in Leverkusen zu einer Explosion in einem Bayerwerk gekommen. Ein erstes Video seht ihr hier. Und es läuft auch zur Zeit in den Nachrichten. Motion Elements 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 Untertitelung des ZDF, 2020